Du warst auch schon wieder. Warum killst du grad grad du mich? Ich hab dich ja nicht gekillt. Jetzt will ich dich killen. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft D.H. Ja, so, wir spielen heute den ersten. Wir spielen heute alle Spielmodi, die bis jetzt freigeschaltet wurden. Von der Card? Von der Card? Egal, die Maps und Black kenne ich noch gar nicht. Okay. Ich hab das nicht gegenseitig herunterschießen. Ganz wichtig. Alter, der ist gut. Hinter mir der ist gut. Endermann 299 pass auf, das schieß ich dich runter. Das wäre unpraktisch. Ich hab das noch nie gespielt, dass mein erstes Spiel von dem Modus. Beim ersten Spiel bin ich am besten abgeschnitten. Oh mein Gott, nein, nein. Knapp, knapp, knapp. Komm, stirb, 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 fang, fang. Wow, war das Gangster. Alter, war das ein. Das letzte Video von Splack war ja auch aus meiner Perspektive. Oh, wunder, wunder. Ja, jetzt ist es aus meiner mal wieder. Also immer, wenn wir zu zweit aufnehmen, weil wir eine Qualität halt. Oh. Ich meine, die Qualität war ja diesmal gar nicht besser. Ich hab das sogar in 1080p Gangster. Ich hab übrigens irgendwie umgebracht. Ja, okay. Ähm, lebst du noch? Ja. So, ich bete mich gerade mit dem U. Nein. Nein. Ich lebe noch mit dem U. Hey, ich hab noch einen umgebracht. Na, egal. Espekte mich. So, ich riskier's jetzt. Ich lauf jetzt zu dem. Ich mach jetzt. Könnten eigentlich auch alle machen. Müssen wir ja nicht nur Karten machen, oder? Ja. Ja, aber das wäre ein Spiel. Alter war das eng. Könnten wir doch mal machen. Schauen wir es hier sowieso. Nein, und ich bin auch gestorben. Ja, wir sehen uns beim nächsten Spielmodus. Weiter geht's. Hier. Mit One in the Chamber spielen wir jetzt. Ähm, ja. Ja. Wie viel ihr Leben hat man hier? Drei. Cool. Ich hab das nämlich auch noch nicht gespielt. Aber durch. So, ich ohne hier gleich den ersten. Oh, fuck. Lass mich rin. Komm, du hast Bogenskills. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich ohne hier gleich mal den ersten. Ich hab generell PP-Skills und hab den mir ein Schwert. Oh, fuck. Ich hab keine Pfeile mehr. Scheiße. Was, ich hab ein Pfeil mit verschossen. Ich hab nicht das Redstone. Oh, ich bin nicht jetzt mal loben. Double Kill. Wow. Nein, ich bin nicht gestorben. Du warst das? Allzeit mache ich ein Double Kill und dann kommt dieser Scheiße. Alter. Der hat mich gar nicht gewischt, weil er mich trotzdem grüßt. Alter, er war der guten Pfeil. Ich hab das den Novus drin, Alter. What the fuck? Alter, wo kriege ich einen zweiten Pfeil her? Ah, jetzt wird abgestoppt. Abstauber, Abstauber. Ja, ich brauche. Zweiten Pfeil. Ah, jetzt hab ich wieder ein Pfeil von vorhin, ja. Oh, fuck. Nein. Scheiße. Ich hab nur mein Leben. Du warst das schon wieder. Warum killst du an gerade du mich? Ich hab dich gar nicht gekillt. Jetzt will ich dich gekillt. Ups. Entschuldigung. Ich wurde nur von dir gekillt. Ich hatte drei Kills, sollte in der Liste sein. Loll. Wahrscheinlich, weil ich draußen bin. Ich bin voll feige. Und tränke mich. Vielleicht will ich dir den Himmel. Äh. Ich leckte ihn halt ein bisschen. Alter, wo hat er den zweiten Pfeil? Hey, Lolli, warum lebe ich noch? Ich bin schon dreimal gestoppt. Ich bin 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 dreimal gestoppt. Come, hol it ender. Alter, der war schlecht im PVP. ähm ... Ich hab ein bisschen zufrieden. Ich hab' auch viele Kills hier nach links. Ich sehe, der verschießt, komm. Nee, oh! Trendum. Nichts ähnlich. Wenn man das meint. Aber egal. Und der nächste alter Gesegabe am Leben ... Bis zu einer nächsten, letzte oder pirate-zeige. Wenn du es weiter tust. die letzte letzte Worte fragt ja wenn man ein Leben hat sich bitte vorletzt noch einander noch mal ein Leben kommt er zum Beispiel Atomberg schluss richtigen worden die Schäme geht eigentlich um die Punkte holen wir noch der ist der zweite mit dritten ich will leben auf der erste an der ersten drei und das ist der der herrsch der den grad gekillt hat der herr den den du bekommst er hat er jetzt erst einmal zwei nehmen der erste du musst ich ja hab durcharbeiten vorgabe ich muss erst mal ich meine leben was noch keiner ich habe keine ahnung ich kann nicht aufheben ich habe schon vorhin aufgehoben und er liegt an er liegt danach also wo es ist gute beschreibung neben dem roten baum auf der anderen seite liegt am fein kann ich nicht aufheben so scheiße aber dann muss geschwächt sein er ist die gerade aufgehoben wort die er hat er gekämpft ja okay ich bin gestoppt aber eine gute Runde ich hatte hatte wie viele kids steht da eins zwei drei vier 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 ne mehr mehr ich habe so viel gesehen so da hat er doch wie auf jeden Fall eine geht es gibt die Kündung nachzuhören und in den Kommentaren wir sehen uns beim nächsten Spielmodus ja wir sind zurückkehren mit dem Spielmodus Heiden Sieg der wahrscheinlich im besten bei euch ankommt ja mit dem beliebtesten Spielmodus hier und ich bin ein Kohlblock und wir haben uns entschieden dass wir heute bei den Akkartenmodi bleiben ja und das aber sicher noch eine Folge folgen wird mit allen helfen ich bin ein Kohlblock und ich weiß nicht wohin ich bin ein Bieter das möchte ich das Grund wird mich immer durch Scheiße aufgehoben ich bin gerade bei einer roten Wolle Worte die Tüten im Stoff und stellen bis zu ihr schlafen eine Worte stelle ich ins Feuer nähe krepier ich habe nicht im Feuer ich sehe dich du bist doch gerade von der roten Wolle er hat bereits geklappt schützt mir er ist in diesem Kohlblock die Wäge zu kosten ich stehe hier mal unter dem hinter und der wende mit das ewig nicht aber ich wurde der bieck im block kommt davon als ich mich so auf dass hier ein wendung gibt es hey bis das du klingel von mir nein ich denke ich habe ich hasse diese random block hitter wohin als pick im block hat so schwer auf diese map finde ich ja ja ich habe schon geglaubt du hast weg weil du so lange nicht gesagt hast hier hier habe ich einen guten platz hier hier so mich hat noch immer keiner gefunden aber ich höre einen random block hitter das regt mich so auf ich bin ein bieten block ich bin ein kohlblock ein solider kohlblock ich bin ein solider bieten block Gangster und wir sind wirken am nächsten alle kohlblock hey du und da kommt er auf kommt er auf eine rettung Lampe ich mich schmeckt schlosser schlosser ganz so ein paar mal so ein Lampen ich weiß nicht warum aber ich helfe sie jetzt mal hier das wäre ich jetzt mich ein für ihn ich setze mich hier ein für ihn als eine Redstone Lampe ist es sich neben mich ich habe hier ich hätte mich für die Redstone Lampe ein ich habe es nur an der Kaffee der Bisch Laufretzene Lampe naja ich habe mich auch für die Redstone Lampe eingeführt aber ich habe mich für die Redstone Lampe eingeführt ja total zählt sich ja aus ja für die Aufnahme ist es ja fahrt wenn ich mich rumsitze ich lebe noch immer als Block jetzt muss man schauen dass ich andere Blöcke finde ja wenn nicht schlecht aus mich also so gut bin ich gar nicht versteckt und mich hier kann das sieht naja und ich habe endlich optifend drin und da ist gleich der nächste und scheiße ich muss 120 Sekunden überleben nicht zu viel für mich Beforderung ähm ich weiß nicht zu random Blockhitten ähm so maybe du ja der ist sogar aber nicht gut er wusste oh nein der random Blockhitter nein der random Blockhitter und da ist gleich noch ein Redstone Lampe und der random Blockhitter läuft an mir vorbei sehr schön ich hab grad wieder zwei Redstone Lampe umgebracht Alter er ist AFK der random Blockhitter ist AFK ich schlage jetzt das war zu riskant jetzt verfolgte mich ich habe ihn geschlagen weil er AFK ich hab jetzt schon vier Blöcke getötet ich hab den random Blockhitter geschlagen aber ich hab mich selbst komm her Kohleblock Alter das bist du so schwein hab ihn was nicht mein fünfter Block das war ich ich bedanke dich bei dem random Blockhitter ja danke random Blockhitter ich mein ich war so dumm und wollte ihn hey I sub you und hat wer abonniert hat er grad wer geschrieben was sub my fellow was sub you no sub to me no sowas machen wir nicht wir sind ehrenhaft sowas machen wir nicht wir sind ehrenhaft abonnieren dann okay wir sind er war so eine Auge hatte wie kann man den Block nicht sehen und da war aber wir abonnieren unsere Abonnenten wenn sie uns gefallen also schon meistens von Abonnenten die Videos an und dann ich finde die Blöcke nicht sieben sollten aber hier habe ich ein hier habe ich ein stirbt stirbt kleiner stirbt dort so jetzt sollten das Nummer 6 sein 7 5 4 ja diese Runde glaube ich oh da ist noch ein Callblock den habe ich nicht mehr getötet scheiße äh egal ich bedanke mich fürs zu sehen ja wir bedanken uns fürs zu sehen glaube ich ja für der Karte und es wird bald eine Runde folgen wo alle spielmodus von alle spielmodi von ja und wir müssen euch hier gleich was fragen also was wir haben spielmodi naja spielmodi dann was wird der schlechtes Hardcore sehen schreibt es bitte in die Kommentare aber damit sie noch ein extraviel nur von jetzt bis zum Ende gesehen auf wenn ich treu sein und schönen Tag auf 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 Vielen Dank.